Hey Freunde, in sechs Tagen habe ich Geburtstag und ich möchte mir selber diesen Trick hier schenken. Einer der besten BMX-Fahrer der Welt, Varro Hernandez, gegen den ich nächste Woche bei der Spanischen Meisterschaft antreten werde, kann diesen Mut. Und jetzt Tag 2 Upside-Down-Wheelie-Challenge. Aber zuerst muss ich erlernen, wie ich am einfachsten in diese Position reinkomme. Ich bin hier jetzt im LAN-Mover-Upside-Down-Spin drinne und muss es schaffen, mit allen beiden Beinen in der Pedale zu stehen. Und zieht euch das rein, nach dem hundertsten Mal kann ich dann eine halbe Runde dem Wheelie reintreten. Kommt jetzt alle in mein Live rein und unterstützt mich, dass ich den Trick schaffe.